ein herzliches hallo meine freundin hier sind wir wieder und zwar als slasher gut und dann schauen wir mal was wir als nächstes für den auftrag haben 3 ich würde mir sagen wir machen mal sie muss gleich mal die moment ist ein baustellen ist sie doch nicht mal sehen ich glaube wir nehmen uns hier wieder was haben wir hier für der kampfhubschrauber gut ich glaube wir nehmen uns den hier wieder da ja der wird übrigens auch erst später im spiel normalerweise freigeschalten aber egal da ich so gut mit dem ding fliegen kann jihau hat niemand gesehen hat niemand gesehen hat niemand gesehen die sprecherin die jetzt gerade redet über das radio ist auch irgendeine bekannte aber ich weiß nicht woher genau leider gottes ach ich idiot bin jetzt genau auch noch über sperrgebiet geflogen da springen wir mal schnell aus ne doch auch schön shit shit oh shit da bin ich idiot über sperrgebiet ich lauf total in die falsche richtung da bin ich idiot doch glatt über sperrgebiet geflogen ey lasst mein jet in ruhe so gerettet von der zwischensequenz hey zimos shhh don't wake the bitches don't wake the bitches well if you went on a ball gag with a horse tail up your ass for a few years i think you'd want to unwind too fair enough i'm guessing you ain't come here for the pussy if the saints are gonna stay in steelport we need the morning star out of here i already worked downtown but these motherfuckers are everywhere oh i'm here to help baby i know every track the morning star working we can build up our stable and heard that the winter sisters at the same time sounds good wo sind seine augen hin hohle nutten sicher von ihren fiesen zuhelfler zurück na das ist doch mal ne schöne you got some place i can stash them ups da passt auch die musik am besten zu aber leider stellt euch einfach klassische musik hier vor radio und fahren ist nicht so einfach so jetzt aber ach man oh motorradfahrer hat jetzt auch glück das passiert mir beim motorrad fahren nicht wo sind sie denn ich dachte die waren hier irgendwo gut dann eben nicht ach da vorne sind sie ich habe mich auch hier geschießen ich habe mich auch hier geschießen da hätte ich ja fast eine nutte verletzt eine prostituierte wer schießt denn hier jetzt noch auf mich ja steigt doch ein steigt die jetzt endlich ein haben nicht ewig zeit ein steigen hallo muss ich hier irgendwas irgendwas besonderes machen ach komm das ist jetzt kein bug oder ach komm oh man leck mich am sack dann fahr ich zum nächsten nutten stall es geht sich ich hoffe das geht sich jetzt noch halbwegs aus und dass der bug hier drüben nicht auch noch ist und wenn ich dann zurück fahr dass der bug weg ist ich bezweifle es aber gut nur noch zwei minuten nur noch zwei minuten das geht sich doch nie im leben aus sorry tut mir leid doch kann ich will ich aber jetzt nicht wo sind denn die kann ich da runter ja ich kann alles ja 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 ich stirb doch muss ich mit den reden oder sagen was schieß nicht auf meine nutten ja 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 so können wir jetzt einsteigen ach idiotisch ich muss pfeifen das habe ich natürlich wieder überlesen oder über übersehen shit was ich habe doch zwei nutten von 4 ach ich habe sie noch nicht abgeliefert shit ach das wird glaube ich nichts mehr ach bin ich ein idiot abkürzung freigeschalten das war keine abkürzung hier shit das wird glaube ich nix mehr aussteigen los auf zum nächsten nutten mobil keine zeit entschuldigung ja ja ach jetzt wo piegst du da da die leute sind ja hier noch schlimmer als ich meine fresse sorry naja vielleicht nicht ganz so schlimm wie ich oh man nur noch 50 sekunden oje oje das war jetzt absicht ich will das spannend machen bewegung 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 ach lauf nicht gegen das auto steig ein aaaaaaah um Himmels Willen steig ins auto ein danke ich brauche nur 2 oh man oh man ach nee das wird das wird nichts mehr nur noch 16 sekunden shit 10 ah fuck das wird nichts mehr da machen wir Mission neu starten naja dann warten wir eben das habe ich verkackt ich Idiot ich dachte es ist ein Bug dabei habe ich nicht gelesen dass man ach Mist haaah gut jetzt sind wir klüger und machen es besser dann auch wenn ein neues und diesmal schaffen wir es auch Die Nutten werden entführt, oh mein Gott, los, rette sie. Ach, es leckt jetzt. Wow. Oh, das wollte ich nicht. Oh nein, jetzt zieht er mich raus. Ach, komm. Steh auf, du Penner. Nicht einsteig. Ja, Schnauze, steig ein. Ich weiß nicht, was jetzt schon wieder los ist. Ach, komm. Wir brauchen immer eine Ewigkeit zum Einsteigen. Vorsicht! Diese Autofahrer in diesen Städten. Ja, bloß so hat mich gestört, hat mich zur ländlichen Atylle gepasst. Jetzt zu dieser Stelle, wo wir vorhin versagt haben. Oh, Lastwagen. Ah, was ist jetzt schon wieder los hier? Dammit, ich fahre in die falsche Richtung, ich Idiot. So, jetzt sind wir richtig und das dürfte sich normalerweise schon ausgehen. So, drei haben wir, fehlt nur noch eine. Raus aus meinem Auto. Hier, Lümmel. Wie das Auto wunderschön und realistisch, physikalisch korrekt um die Kurve gegleitet ist. Vorsicht, Entschuldigung, Menschenmenge. Oh, das tut mir leid. Oh, weh. Oh. Das war mein Fehler. Lauft um euer Leben. Ah. Nein, du ziehst mich nicht raus. Doch, du ziehst mich raus. Nein. Nicht die Nutten überfahren. Ach, komm, steh auf. So. Rein ins Auto und Nutten. Nehme ich sogar mehr mit, als gebraucht werden. Au. Ups. Ja, ich glaub. Ich bin mir nicht sicher. Also mit Sicherheit kann man das nie sagen. Dass du das überleben wirst. Vor allem nicht, wenn der Lastwagen da ausschert. Und ich mitten in eine Menschenmenge reinfahren. Ihr habt das Glück, dass ihr mit mir im Auto seid. Da passiert euch weniger, als wenn ihr da einfach als Fußgänger auf den Straßen. Ja, mehr als die schon. Abgreifen. Geschafft. Also das sind jetzt die Aktivitäten von Simos. Abgreifen. Schön. Meine Güte. Ich bin gerade noch bei der... Ich mach jetzt kein Dings mehr, aber wir fahren jetzt noch zu einem Waffengeschäft und bessern uns die Waffen noch auf. Man kann ja die Granaten auch aufwerten. Das hab ich total vergessen. Sorry. Ich brauch das Auto. Wenigstens. Classic FM. Baum. Bei uns in Österreich gibt's ja auch so ein schönes... Das Sprichwort ist es nicht, aber so ein schönes Wort. Ich glaub ich dran, da steht ein Baum. Ich glaub ich dran weiter, da steht ein Zweiter. Ah, jetzt hab ich's geschnallt. Ich steh im Wald. Heißt so viel wie... Ich glaub ich träum, da steht ein Baum. Ich glaub ich dran weiter, da steht ein noch... Da steht ein Zweiter. Ach, jetzt hab ich's geschnallt. Ich bin im Wald. Ja, wüstenreichisch reimt sich das natürlich besser. So, jetzt haben wir uns das gekauft. Ich hab nicht genug Geld. Okay. Die Pistolen kann ich ja nicht weiter aufrüsten. Na, die eine, aber die ist mir unsympathisch. Okay. Brandgeschosse. Cool. Können wir das Ding auch noch aufwerten? Nee, mit 400... 28 können wir nix aufwerten. Hab ich eigentlich? Ja, hab ich. Aber... Vögelt mein Auto gerade die Straße? Ja, das ist die Neuentwicklung des Lowriders. Schön. Aber ich könnte mir noch Munition kaufen. Und da mir gerade Fraps sowieso abschmiert irgendwie mit den... Ähm... Die brauchen wir am meisten. Da haben wir... Sind wir voll. Sind wir auch voll. Stocken wir auch auf. Granaten stocken wir auch. Habe ich nicht genug Geld. So. Da haben wir die Frames gerade in den Keller gehen. Ben ich hier mit diesen Part. Und... Bedanke mich fürs Zusehen. Und das Auto macht mich hier noch ganz verrückt. Mit dem vögelnden Auto... Verabschiede ich mich. Danke fürs Zusehen, Leute. Auf Wiedersehen. Na gut.